Die Uniklinik Oldenburg, Corona-Intensivstation. Vorgestern Mittag ist ein weiterer Patient mit Covid-19 eingeliefert worden. Er war knapp eineinhalb Stunden bei unserer Station. Er ist dann auch von den Blutwerten so eingebrochen, dass wir den intubieren mussten. Der 70-Jährige ist nicht geimpft. Sein Zustand kritisch. Vor der Intubation hat er vorgeschlagen, die Impfung nachzuholen. Das ist leider kein Scherz. Aber das hilft natürlich jetzt nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Seit Beginn der Pandemie kämpfen Dr. Ulf Günther und sein Team hier um das Leben ihrer Patienten. Die vierte Welle hat auch sie hart getroffen. Für uns auf der Intensivstation ist deutlich zu merken, wie sehr der Druck zunimmt. Das sieht man zum Beispiel daran, aus welchen Entfernungen Zuweiser Krankenhäuser anrufen. Das sieht man eben aber auch an den Zahlen, wie die Krankenhäuser jetzt belegt sind. Und das sieht man auch daran, wie viele Krankenhäuser jetzt melden, dass sie routinemäßige Operationen oder auch dringliche Operationen absagen müssen. Mit welchen Worten würden Sie die aktuelle Situation umschreiben? Ich würde sagen, das ist dramatisch. Denn die bundesweite Impfquote reicht nicht aus, um die Intensivstationen zu entlasten. Hinzu kommt, die Patienten werden auch hier immer jünger. Dieser 48-Jährige liegt seit vier Tagen auf der Intensivstation, hat keine Vorerkrankungen. Das Problem, auch er ist nicht geimpft. Auch eine Impfung kann ja eine Infektion nicht hundertprozentig ausschließen. Aber man kann sich eigentlich relativ sicher darauf verlassen, dass es nicht zu schweren Verläufen kommt. Und sein Verlauf ist jetzt hier rein rechnerisch schon mit einer hohen Sterblichkeit behaftet. Das hätte er sich durch eine Impfung ersparen können. Doch trotz dieser Bilder und dem Leid ihrer Patienten, Ärzte und Pfleger müssen über die Sinnhaftigkeit einer Impfung immer wieder diskutieren. Mir steht es ehrlich gesagt dann auch hier, wir wollen nicht über diese Impfsituation mehr diskutieren. Die haben wir leid. Man soll seinen Menschenverstand einfach einschalten. Zum Zeitpunkt unserer Dreharbeiten befinden sich sechs Covid-Patienten auf dieser Corona-Intensivstation der Uniklinik Oldenburg. Maximal können hier zehn Patienten aufgenommen werden. Nebenan die Herzchirurgische Intensivstation. Von den 21 Beatmungsplätzen sind aktuell 16 belegt. Zur einen Hälfte mit herzchirurgischen Patienten, zur anderen mit Covid-Patienten. Die Klinikleitung und ihre Mitarbeiter sind längst im Krisenmodus. Wir finden uns in einer wirklich sehr extrem schwierigen Situation. So wie wir sie in der Vergangenheit noch nicht gekannt haben. Jeder Covid-Patient, den wir behandeln, der nimmt uns gerade einen Platz für einen herzchirurgischen Patienten weg, die ja auch operiert werden müssen, keine lange Wartezeit haben. Und das ist eine Situation, die sich in den letzten Tagen doch extrem zugespitzt hat. Hinzu kommt, mittlerweile werden Corona-Patienten auch in andere Kliniken ausgeflogen. So auch nach Oldenburg. Dann gehen wir hier mal rein. Hier wäre noch ein leeres Covid-Zimmer, was vorbereitet ist für einen Covid-Patienten, was aufgerüstet ist mit allem, was für eine Erstversorgung eines Covid-Patienten benötigt wird. Dieses Zimmer wird nicht lange frei sein. Hier wird definitiv der nächste Patient kommen. Sie warten draußen sozusagen. Wir bekommen ständig Anrufe und jeder möchte den Patienten hierher verlegen. Zurück bei einem weiteren Covid-Patienten. Dieser Mann ist 50 Jahre und doppelt geimpft. Im Januar hätte er seine Booster-Impfung erhalten. Dr. Ulf Günther ist eigentlich Leiter der Intensivmedizin, hilft in der aktuellen Situation aber auch den Pflegern bei ihrer Arbeit. Haben wir uns jetzt für hier was vorgenommen? Ja. Wir müssen den Kibuch einmal umlagern und die Sedierung ein bisschen anpassen bei diesem Patienten. Er ist schon sehr gestresst. Der Mann hat eine schwerwiegende Herzerkrankung, von der er nichts wusste, ist zudem deutlich übergewichtig. Zwei Faktoren, die trotz doppelter Impfung zu einem Problem werden könnten. Viele Leute haben eine Begleiterkrankung, die man das auch im täglichen Leben nicht ansieht. Und für diese Leute ist dann eine Covid-Infektion ein Desaster. So wie bei ihm hier. Er hat ja eine Herzerkrankung, die nicht an sich jetzt lebensbedrohlich wäre, weil man sie gut handeln könnte. Aber zusammen mit Covid wird das jetzt für ihn ganz eng. Der Leiter der Intensivmedizin muss jetzt zum nächsten Termin. Eine Videokonferenz. Thema, die Kapazitäten der freien Corona-Betten. Unumgänglich in diesen Zeiten. Der Patient, der holt keine Luft. Er rauscht mit der Sättigung schon ab. Und ich stehe jetzt hier alleine als Pflegekraft. Und muss auch in der Lage sein, Maschinen zu bedienen. Ich sauge nochmals wieder ab. Das war nicht ein Problem bei diesem Patienten. Dass er viel mitatmet. Das wollen wir. Aber wir wollen nicht, dass er so viel hustet. Und wir wollen auch, dass er sich beatmen lässt. Die Intensivpfleger sind seit Monaten am Limit. Und weil gerade kein Pfleger verfügbar ist, muss unser Reporter kurzfristig bei der Versorgung des Patienten einspringen. Ich nehme Ihren Arm rüber. Und drehe ihn auf meine Seite. Und jetzt haben Sie da vorne eine Rolle, eine weiße Rolle. Jawohl, die. Ja, die, genau. Die ist perfekt. Und die legen Sie relativ haltenfrei in den Rücken hinein. Rücken und Gesäß. Perfekt. In der aktuellen Situation fehlen Fachkräfte auf den Intensivstationen beziehungsweise werden dringend benötigt, um die Vielzahl an zusätzlichen Covid-Patienten zu versorgen. Markus Gerke arbeitet seit 18 Jahren in der Intensiv- und Anästhesiepflege. Sieben Jahre hat seine Ausbildung gedauert. Auch wenn es zu einer Notfallsituation kommt, einem schlechten Kreislauf oder der Patient lässt sich nicht mehr beatmen, dann muss ich wissen, was für Knöpfe ich drücken muss. Das kann auch schnell fatal enden, wenn ich einen falschen Knopf drücke. In solche Zimmer kann ich keine Berufseinsteiger stecken und auch keine Hilfskräfte. Das heißt, dass wir mehr Patienten versorgen müssen. Und da gibt es zum Glück die Personaluntergrenzen. Nichtsdestotrotz müssen wir Betten zumachen. Das ist de facto so. Wir sind noch einmal zurück im Patientenzimmer Nummer 8. Yvonne Mattes besucht ihren Mann Michael auf der Intensivstation. Von seiner Herzerkrankung ahnten beide nichts. Die Nachricht von einem Impfdurchbruch bei ihrem Mann war für sie ein zusätzlicher Schock. Mein Mann da jetzt so liegen zu sehen, ist grausam. Ich muss ihn wieder im Innern nach Hause haben. Was ihr Hoffnung macht, ihr Mann ist doppelt geimpft. Das hat ihm in der aktuellen Situation das Leben gerettet. Menschen, die trotzdem eine Impfung ablehnen, kann sie deshalb nicht verstehen. Wir haben in der Familie auch Familienmitglieder, Verwandtschaft, die sich immer noch nicht impfen lassen. Meine Schwiegermutter, der wir Tatsache gebrochen haben, weil sie so eine Verschwörungstheoretikerin ist, ich kann das nicht verstehen. Auch die Ärzte und Pfleger der Uniklinik Oldenburg blicken mit Sorge auf die aktuelle Impfquote und den Winter. Ihr Wunsch und ihre Hoffnung für die nächste Zeit, Kontaktbeschränkungen und viele Menschen, die sich impfen lassen. Damit zumindest zukünftig die Intensivstationen entlastet werden. Die Tatsache mit Sorge Die Tatsache mit Sorge Untertitelung des ZDF, 2020